so das ist meine erste tour heute im jahr 20 24 ich habe mir eine schöne kleine tour ausgesucht ich hoffe euch gefällt ist die rote habe ich selber geplant nicht über komoot ja und viel spaß dabei ihr werdet heute reichlich wieder was sehen von der natur schleswig holsteins ja ich hoffe ihr seid alle gut rein gekommen ins neue jahr und damit die saison jetzt beginnen kann wird euch ein bisschen so landschaftliche gegen zeigen und na klar ein geheimtipp in lübeck ein dorf wirklich was für die augen jetzt raus aus dem schlamm mal gucken wo wir jetzt sind wir wollen ja richtung lübeck und Musik Ja, ich habe einen kleinen Schleichweg gefunden. Hier bin ich als Kind auch immer schon rumgeeiert. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2024. Hier für euch und für mich die erste kleine Fahrradtour. Das werden so um die 30 Kilometer werden. Also nur ein kurzes Video. Aber ich muss erst mal sehen, wie die Technik sich so schlägt nach der langen Winterpause. Und ich muss auch erst mal wieder ein bisschen in Gange kommen. Viel Spaß bei diesem Video. Und seid überrascht. Und ich habe da ganz was Besonderes rausgesucht, was ich selber noch nicht geschafft habe, dort hinzufahren. Musik Wenn ihr nach Lübeck wollt oder nach Travemünde. Und so sieht dann der Bus aus. Also der Pferd im Sommer alle 10 Minuten. Musik 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 Ich gehe hier noch ein bisschen entlang. Musik Auf der anderen Seite sind schon die Heringfischer. Aber hier ist ein schöner Durchgang. Hier ist ein schöner Durchgang. Richtung Wasser. Also richtig klasse hier. Also richtig klasse hier. Musik 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 Hier ist der kleine Fischereihafen. Den gab es schon um das 15. Jahrhundert. Ich schwenkt. Ich schwenk mal rüber. Ich will euch mal ein bisschen die alten Häuser zeigen. Mal gucken, ob ich da so irgendwie hin komme. Ich schwenk mal rüber. 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 Ja. Ich schwenk mal rüber. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja und wir gehen zurück und ich werde mich wieder auf mein Fahrrad schmeißen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.